er hat nichts um das ist ein Brotanmachung? Nein, nein, das ist ein Brotan nach oben weg! Jo, eben, komm einfach, den Weg kommt da ja nicht so weit Ja, mach ich Na, ärgerlich, ärgerlich Ich hab grad abgelehnt wurde ich, ja, scheiß real life Brauch kein Mensch, echt! Na, war doch ein kleiner Weg Wie du, schloss mein Gott Ich weiß gar nicht, wo dein Körper liegt Oh, Schaden er macht Anscheinend weißt es doch, denn du hast den besiegt, der mich gekürzt hat So wie auf die Karte gucken würde, wo du bist Also, wie ich die Karte lesen könnte Es ist gar nicht so schwer Ja, das ist schon ein bisschen schwer zu lesen, dadurch, dass ihr die Karte der Karte guckst Ich hab genau so gebl59 Ich hab doch Söb Oh, ich hab nicht Ich hab faulFE Ich hab nicht auch immer er hat nicht in der Mauer Mauer schon noch mehr Mauer ich brauche Mauer in der Mauer nicht genug Mauer Mauer die BG Mauer die BG das ist auch nicht so klug ist als ein Zauberer Zauberer Ah, du hast schon alles getötet die BG die BG die BG Mauer die BG Mauer die ist nicht weiter er doch das ist nur unnötig in die Länge gezogen auch schon bezüglich der Einstiegler speichern ja so ein Scheiß-Jobmann ich habe auch neins soll man welche machen Mauer muss ich hier noch weiter machen oder so und beschützt alles ich habe alles mal gerade stehen Mauer Mauer ja ich glaube so ich habe es nicht gehört wie jetzt ein Knallfrosch den du gerade gezogen hast Mauer 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 und durchs auch ein zweiter nr 4 ich bin und auch das ist zu sein und mein Ball da geht es mir dabei aber ein Mikrofon auch von Rundfanschüten 5 ja sie sind so wichtig ist noch hier zu zutaten doch kommt das ist es kommt um wo uns Leute, wenn ihr das bestürt, wenn ich nicht mehr hören wollte, dann könnt ihr 10 Minuten vorspulen. Ah, jetzt war das lang. Wo bist du denn? Sorry, wenn man das beschäftigt. Das war's. Oh, hier ist der Wachst. Ach ja. Sinn schon, den 3. Den immer da oben. Oh, ein Treffer 1. 3,4 verwarnt. Das muss man aufpassen, damit du dir noch zeigen kannst. Na, warte, warte. Hier da. Das war's, der große. Der Fischstück ist der. Der Fischstück. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Mit dem Laden zu Gürtel. Nein. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ja. auch wenn wir schon im ersten Teil vor dem Stabst was uns erkennt ob stehen wird ich brauche nicht mehr doch immer noch um du brauchst einfach Nein, das brauche ich nicht. Wer da? Du kannst das machen. Danke. Wir sollten das nicht mehr reparieren können mit der Halbbarkeit kaputt, weil die von den der Halbbarkeit kaputt ist. Wie kann ich euch helfen? Fachwissen am Rande. Dieses Fachwissen hat das keiner mitbekommen, weil sie alles schon weggeschaltet haben wegen dem Schirm. Zehn Minuten vorgespielt haben, wie du es gesagt hast. Scheiße. Wir werden mal gucken, wenn wir zehn Minuten vorbei sind und wir sagen... Na, wir kommen zurück. Es gibt ja viertausende Scheiße. So. Soll schon ganz gut. Nur das Amulett und dann sind wir schon fast am Ende. Schaden macht den Silner. Warum? Wie viele Schaden macht den Silner? 38 bis 59. Was? Meine Frau von 20 bis 69. Nice. Eins schwankt also höher. Mhm. Ich will mir alles einzahlen. Scheiß-Volk-Beschwörn. Hat nur der Wettungs. Damit man sieht. Kann eh nichts. Den Trocknern hat das gesagt. Dunkelheit. Mit wahrscheinlich vom Schlangenalltag gemacht. Und deswegen zerstören wir den jetzt. woher was ist das eigentlich? Er hat die alten Aufzeichnungen studiert. Aufbrütteln. Was? Ich bin halt schnell. Ich bin halt schnell. Ich bin halt schnell.